Hey Leute und herzlich willkommen zum mittlerweile 11. Part von F1 23 Breaking Point 2 hier auf meinem Kanal. Falls ihr den letzten paar verpasst habt, schaut da gerne nochmal rein. Wir hatten unser erstes Rennen für Conor Sport ohne Devin Butler, sind da in Spanien gefahren und hatten ein sehr sehr gutes Rennen erwischt. Kann man glaube ich ohne Probleme so sagen. Ja und heute soll es also weiter gehen zum nächsten Kapitel. Es geht jetzt so langsam darum, dass das Team es schafft jetzt Kalimea fest zu verpflichten. Dementsprechend würde ich sagen, geht es gleich mal hier zum nächsten Kapitel. Sind wir jetzt hier erstmal wieder kurz in der Rolle von Kasper Akkermann und müssen hier ein paar Entscheidungen machen. Elden wurde gebeten bei der Wirbung für ein F1 Sim Racing Event zu helfen. Er hat der Teilnahme zugestimmt ohne sich vor mit uns abzusprechen und die Veranstaltung hat seine Teilnahme bereits in den sozialen Medien angekündigt. Sollen wir ihn teilnehmen lassen? Ähm. Boah. Ja, wir müssen mal zustimmen. Einen, glaube ich, ein wichtiger Fahrer für uns. So, ach. Was fürgerst du noch? Es war doch immer dein Traum in der Formel 1 zu fahren. Aber nicht auf die Art. Weißt du, was er getan hat? Du meinst deinen Vater? Er hat sich geweigert, mich zu unterstützen. Er wollte nur eines seiner Kinder finanzieren und meinte, Devins Karriere wäre vielversprechender. Aber... Das wusste ich nicht. Es tut mir leid. Mom hat mich dann mit dem Geld aus der Scheidung unterstützt, aber... Und jetzt bist du hier, weil er dich geschickt hat? Nein. Das war meine Idee. Meine Entscheidung. Und deshalb bin ich hier, dich zu fragen und nicht dein Vater. Wir brauchen einen Ersatz und ich hab dich vorgeschlagen, weil ich weiß, wie gut du bist. Das ist die Wahrheit. Ich wollte es immer nur unter meinen Bedingungen machen, nicht sein. Ich pass auf dich auf. So wie in der Formel 2. Wirst du ihn denn von mir fernhalten? Ich werde tun, was ich kann. Wirklich alles. Damit du dich... ganz allein aufs Fahren konzentrieren kannst. Bist du dabei? Vielleicht erhältst du nie wieder eine solche Gelegenheit. Das ist dir klar. Ja, das ist also eine sehr plötzliche Cutscene. War ein bisschen überrascht. Aber ja, wir haben jetzt also anscheinend Kalimea... oder A-Karman hat Kalimea jetzt also an Bord geholt hier. Ja, hat Kalimea so ein bisschen die Vorgeschichte mit David erzählt. Ja, aber am Ende des Tages haben wir es jetzt anscheinend... oder hat Kaspar es mit ein bisschen Überzeugungsarbeit also doch geschafft. So, und jetzt sind wir in Aserbaidschan zum 11. Kapitel. Mit der aktuellen F2-Meisterin Kalimea an Bord hoffen Kaspar und das Team von Conor Sport, dass sich Stabilität im Team dazu beiträgt, die nötigen Ergebnisse zu erzielen, um im wettbewerbsintensiven Mittelfeld der F1 mitteilen zu können. Ja, das hoffen wir doch alle mal. Und damit würde ich sagen, geht's gleich mal weiter. Und, oh Gott, wir haben ja so viele Aufgaben. Gleich mal hier die nächste Entscheidung, die wir treffen müssen. Tolle Neuigkeiten. Einer unserer Sponsoren hat unerwartet einen Bonus vorzeitig ausgezahlt. Wir haben verschiedene Möglichkeiten, dieses Geld zu verwenden. Und wie wollen wir es investieren? Äh, ins Auto. Da gibt's ja wohl keine zwei Meinungen oder was. So, haben wir noch wieder tausende Nachrichten. Da war Conor Sport verpflichtet Kalimea. Das haben wir aus erster Hand mitbekommen. Und haben gleich mal einen Anruf von Davidoff. Davidoff. Ich durfte nicht in die Garage, weil Kelly da ist. Das ist lächerlich. Wir haben darüber gesprochen. Du musst dir etwas Freiraum lassen. Ich lasse dich erst einmal gewähren, Ackermann. Aber ich mag es nicht, wenn man mir sagt, wo ich hier hingehen darf und wo nicht. Du hast mich dazu überredet. Was heißt das? Wozu überredet? Kelly unter Vertrag zu nehmen. Ich erlaube dir nur, die Lorbeeren dafür zu ernten. Das ist alles. Hört sich so an, als wolltest du mir die Schuld geben. Wenn du mit dir recht hast, dann gibt es keine Schuldzuweisungen, oder? Sonst noch etwas. Du bist ein beschäftigter Mann. Ich lasse dich weitermachen. Ja, also, Davidoff hat schnell mal seinen Unmut, äh, ja, hier mal rausgelassen. Ähm, aber, ja, das war auch irgendwie nicht anders zu erwarten. Wir haben noch wieder ein paar E-Mails einmal von Lisa Long, die für unsere Medienarbeit zuständig ist. Hey, Kasper! Oder erst mal Pressezeiten für Kelly. Hey, Kasper! Nach unserem gestrichenen Treffen haben wir weitere 14 individuelle Anfragen für Interviews mit Kelly an diesem Wochenende erhalten. Sieht so aus, als müsste jeder seine eigene Meinung haben. In all meinen Jahren in der PR habe ich so etwas noch nie erlebt. Ich habe dem Rest meines Teams deine Überlegungen mitgeteilt, wie wir Kelly so gut wie möglich schützen können und gleichzeitig unsere Verpflichtungen erfüllen können. Ja, sehr gut. Dann haben wir Zoe Juckermann. Interview. Hey, Schatz! Ich konnte dich telefonisch nicht erreichen. Trotz meiner besten Bemühungen, es nicht zu tun, treffe ich mich mit Evelyn zum Mittagessen. Es hat sich herausgestellt, dass sie ziemlich überzeugend sein kann, wenn sie will. Wie die Mutter, so die Tochter, schätze ich. Ich habe übrigens gerade das Checkside-Interview gelesen. Ich weiß nicht, warum du dir solche Sorgen gemacht hast. Du kommst wirklich gut rüber. Obwohl, wenn ich so drüber nachdenke, war es nicht meine Idee, dass du ihr Mentor wärst. Sie sollten eigentlich mich interviewen. Die Schlagzeilen könnte etwas lauten. Zoe Ackermann verändert im Stillen das Gesicht der Formel 1. Was hältst du davon? Ich werde es Evelyn vorschlagen, wenn wir uns treffen. Mal sehen, wie sie das findet. Ja, macht das Mann. Und Jeff hat einmal die Wochenend-Vorschau. Hier sehen wir aktuell Kalimea jetzt 15. Mal schauen, wie das Wochenende denn hier läuft in Barcourt. Ich würde mal sagen, wir schnacken jetzt nicht mehr so lang und gehen Richtung Rennen. Großer Preis von Aserbaidschan. Vor den Augen der Weltöffentlichkeit will Kelly bei ihrem ersten Start am Steuer eines F1-Autos Geschichte schreiben. Ja, wer will das nicht? Heute wird hier Geschichte geschrieben. Kelly Mayer, Connorsports, jüngste Verpflichtung, wird als erste weibliche Fahrerin in diesem Jahrtausend an einem Formel-1-Rennen teilnehmen. Oh, was für ein Moment. Ich hab Gänsehaut. Für alle, die sich jetzt fragen, warum, nur eine Handvoll Frauen hat im Laufe der Jahre an einem Grand Prix teilgenommen. Aber seit 1992 hat Keine auch nur versucht, sich zu qualifizieren. Giovanna Amati aus Italien war die letzte. Der heutige Tag hier in Baku ist also ein echter Neuanfang. Mayer hat im Qualifying natürlich extrem beeindruckt. Mal sehen, was heute auf sie zukommt. Ja, da draußen geht es ganz schön eng zu. Es ist ein harter Wettbewerb. Ich möchte mich hier nicht festlegen. Absolut. Heute gibt's hier einige fantastische Fahrerinnen und Fahrer zu sehen. Und vor allem die junge Kelly Mayer, die den Sprung in die Formel-1 ja scheinbar mühelos geschafft hat. Ja. Recht mühelos. So, schließen wir vor dem Ende von Runde 8 zu Aiden auf. Das werden wir hoffentlich schaffen. Erstmal wieder hier mit diesem Setup d'accord werden. Aiden aktuell auf Position 12 unterwegs. Der Friest fährt hier schon langsam wie sonst was. Erstmal schnell das Setup halbwegs vernünftig in Gericht stellt. Und das ist das, was man mal schnell verändern kann. Und jetzt sind wir auf der Jagd von Lando Norris. Mal schauen, ob wir den hier in Kurve 1 überholen können. Das konnten wir auf alle Fälle. Dann sind wir jetzt hinter zu Noda. Das sollte aber kein Problem sein, den hier auf dieser Geraden einmal schnell zu überholen. Und dann ist Aiden schon der Nächste vor uns. Aiden auch auf dem harten Reifen unterwegs, hier auf dem Medium. Von daher, da ist auch wirklich kein Problem da, zu ihm zu kommen. Schon innerhalb von einer Sekunde zu ihm. Und jetzt kommt gleich eine Katze. Oh, Jacksons Schaden sieht übel aus. Das Rennen ist wohl für ihn gelaufen, Sascha. Ja, es sieht fast so aus, als habe Jackson überhaupt nicht mit Mayers Aktion gerechnet. Ich weiß nicht ganz warum. Hey, was war das? Warum hat sie nicht gewartet, bis ich an der Ausfahrt rüberziehe? Hey, alles okay bei dir, Aiden? Auch noch so eine weitere Butler. So, das heißt also gleich mal. Äh, ja. Ja, eine sehr spannende Situation ist die Frage, ob es jetzt ein Kommunikationsproblem war oder Kelly da einfach zu übermotiviert war. Auf alle Fälle ist es jetzt unser Ziel, in den Top 10 ins Ziel zu kommen. unser Bonus-Ziel in den Top 8 einzukommen. Aber, ja. Geht ja gleich mal sehr gut los hier im ersten Rennen für Kelly. Mal schauen, äh, wie sich die Beziehung denn zwischen den beiden weiterentwickelt. Ging jetzt erstmal auf der geraden Locker vorbei an Estebanukon. Auch voll logisch, dass hier jetzt irgendwie nach der Kollision nicht mal ein Safety Car rauskommt oder so. In Wirklichkeit wäre das Rennen höchstwahrscheinlich vielleicht sogar gewertfleckt worden, aber... Ist hier nicht der Fall. Von daher geht's einfach gleich weiter, außer nix. Den Netz-Wassel vor uns auf Platz 10. Das ist ja unser primäres Ziel. Jetzt versuchen wir mal, was? Oh, okay, okay, ne, das war. Das wär's gewesen. Das war vielleicht... Es war der Versuch, ob's möglich ist, aber es ist nicht möglich, Seite an Seite da durchzugehen. Hätte mich auch gewundert. Obwohl, wenn... George hätte eigentlich nur zurückstecken müssen, dann hätte das super geklappt. So, es sind einfach so oder so an ihm vorbei. Als nächstes nun Checko vor uns auf 9. Dann davor Lance Stoll auf 8. Das ist ja unser Bonus-Ziel. Aber ich denk' mal, das sollten wir eigentlich auch locker schaffen. Und nicht überraschen, wenn nicht. Wir fahren auf die schnellste Runde. Sind jetzt direkt hinter Checko in seinem DRS-Fenster. Wir gehen jetzt auch locker an ihm vorbei. So, dass wir als nächstes also jetzt schon Stuhl vor uns haben und es sollte mich wundern, wenn das jetzt die große Herausforderung wird, an dem vorbeizugehen. Zumal wir noch viereinhalb Runden haben. Lässt uns da gefühlt schon vorbei. Gut, ich bin ihn da ein bisschen aufs Heck raufgefahren, weil der... So, als nächstes Gastli vor uns den kriegen wir auch noch locker. Vielleicht können wir danach sogar noch Richtung Alonso auf Platz 6 spekulieren. Ja, oder auch nicht. Okay, das war wieder mein Fehler. Ich dachte, dass wir da schon genug Platz haben auf der Seite, aber das war nicht der Fall. Dann haben wir als nächstes Hamilton jetzt vor uns auf 6. Der wurde gerade von Alonso tatsächlich sogar überholt. Und aber glaube ich Seite an Seite. Jetzt müsste Alonso vorbei sein. 5,1 Sekunden. Gefühlt jede Kurve eine halbe Sekunde näher ran an die. Es sind ja wirklich langsam hoch 10. Wir haben gerade 4 Sekunden innerhalb von anderthalb Sektoren hier auf die gut gemacht. Können jetzt zuckern. Okay, ich glaube den Move gab es so geht noch nicht einmal in der Formel 1. Das zeigt mal wie langsam die sind. Als nächstes ist Alonso vor uns. Den gehen wir hier auch locker. Mal. Vermeintliche Probleme bloß, dass er sehr SC hat, aber es reicht tatsächlich sogar für eine Attacke, aber auch nicht zu viel mehr. Piastri jetzt der Nächste auf Platz 4 gut, ich denke mal an Verstappen kommen wir danach dann nicht mehr ran, der ist schon 10,5 Sekunden weg aber Piastri denke ich mal kriegen wir noch dann haben wir glaube ich unsere Ziele auch wieder bei Weitem übertroffen das ist der Lucy Goosey aber kein Problem sind vorbei am McLaren Piloten damit jetzt auch Platz 4 oha wir sind in die Mauer gerutscht aber ein Glück nimmt das Spiel das hier Breaking Point mit dem Schaden nicht so hart und auch gleich mal den schnellsten zweiten Sektor gefahren jetzt sind das hier noch zwei Runden die wir haben langsam hat das Auto auch seine Probleme mit dem 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 Musik In der Ferne sieht man jetzt tatsächlich sogar schon Max Verstappen Es kann tatsächlich sein, dass wir die sogar doch noch holen Wieder die schnellste Runde gefahren Wir sind tatsächlich gar nicht mehr so weit weg von den beiden davor und zu Verstappen uns Times Verstappen geht jetzt vorbei an Sines Können wir da vielleicht noch etwas Richtung Podium ausrichten? 9.0 Sekunden Sind jetzt schon direkt hinter denen auch schon deren DRS Fenster tatsächlich Das Auto rutscht aber auch so langsam immer mehr rum Sind tatsächlich vorbei an Carlos Sines und damit jetzt auf Podiumkurs Meine Bremse leider wieder ein bisschen rumspinnen Es gibt wieder Brems-Inputs obwohl ich keine gebe Wir sind tatsächlich vorbei an Max Auf Platz 2 Ich glaube damit ist die Kollision fast schon mal vergessen Wenn man mal sieht wie wir jetzt hier auf einmal aufs Podium gewandert sind Die sollten uns auch nicht mehr gefährlich werden, haben zwar kein ERS mehr Aber die sind schon 1,8 Sekunden weg Und damit gewinnt Kelly Oder gewinnt nicht Aber da kommt Kelly Mayer in ihrem ersten Rennen gleich aufs Podium Ja und das ist ein Podium Excellent Drive Die ganze Team haben besonders hart dieses Weekend gearbeitet Und das ist ein fantastisches Reward Well done Es ist super für den Sport und sie ist extrem talentiert Ich bin gespannt wie sich die Karriere entwickelt Ja wenn es so weiter geht wie heute Müssen wir Kelly Mayer in den nächsten Jahren definitiv im Auge behalten Wieder einmal eine hervorragende Leistung von Ferrari beim heutigen Grand Prix Ferrari ist offensichtlich ein Team das weiß was es da draußen zu tun hat Ja Kelly Mayer also hier glaube ich zu Recht am Feiern auf dem Podium Hat sich diesen zweiten Platz verdient Wie gesagt natürlich diese Kollision mit Aiden Sehe hier was was jetzt im Nachhinein nochmal Ähm ja Ein Thema sein wird Aber mal schauen Nach dem Rennen Kein idealer Start Ein Missverständnis unter den neuen TeamkollegInnen Zwingt Aiden das Rennen in Bagu zu beenden Ja mal schauen Fühlen sie sich bei Connors Sport unter besonderem Leistungsdruck Wenn ihnen ihr Vater über die Schulter schaut Wissen sie das ist die Formel 1 Und es ist nicht möglich dass ich noch mehr Druck verspüre als ohnehin schon Also nein das ist kein Thema Kelly gab es in der Formel 1 irgendwelche Vorbehalte Weil sie die erste weibliche Fahrerin in diesem Sport sind Nein Alle waren fantastisch zu mir und ich bin nicht die erste nur die neueste Wie geht es ihrem Bruder halten sie wirklich nur seinen Sitz warm Äh das müssten sie ihn selbst fragen Ähm aber er bekommt die Hilfe die er braucht Nein ich habe keine Absicht diesen Sitz so schnell wieder herzugeben Was war da heute zwischen Aiden und ihnen los? Ähm es war bloß ein Missverständnis Ich hab wirklich gedacht er würde mich durchlassen Aber er hatte wohl andere Vorstellungen Wir haben vorhin mit ihm gesprochen und er sagte das war Absicht von ihnen Was sagen sie dazu? Äh das war nur ein Missverständnis Sie fahren ja unter dem Namen Meyer Aber würden sie jetzt in dem Sitz ihres Bruders In dem Team das ihr Vater sponsert wieder den Namen Butler annehmen? Damit hätte ich wohl rechnen müssen Hast du nicht? Das meine ich nicht ich bin eine Frau ich verstehe das ich spreche auch gern darüber Tja was ist es dann? Es ist immer das gleiche das nervt wir sind ja eine Frau und dann ist jede Frage nur über Dad und Devin und die Butler und den Namen Ach komm vergiss sie einfach Es wird sich nie etwas ändern niemals Die einzige Frage zu dem Rennen war die über Aiden Tja wenn wir es etwas länger hätten laufen lassen hätte es vielleicht Kasper Jetzt verteidige sie nicht Okay sorry du hast recht sorry Gut ist okay Das nächste Mal bin ich schneller Der Vorfall in Baku Glauben sie das war Absicht? Ja das war Absicht Ja das sieht man doch Sie sind nicht so richtig warm geworden Wir waren nicht gleich Freunde Nein Ja also da gleich mal so ein bisschen hier Cutscene zeigt das auch Aiden Und äh Kelly auf alle Fälle nicht äh Ja nicht so gut zumindest gestartet sind Ähm Es wurde offen gelassen ja jetzt grad ob die Beziehung noch besser wäre zu den beiden Ähm ja Mal schauen wie sich das denn äh weiter Entwickelt und erstmal haben wir einen Anruf von Evelyn Ja Ich meine Ich meine Ich könnte nicht stolz sein Schatz Gut gemacht Danke Mom Es war ein gutes Rennen Ein tolles Gefühl da draußen Es war ein gutes Rennen Oh nein Was ist? Äh was meinst du damit? Was ist was? Ich hör's an deiner Stimme Mom Es war ein gutes Rennen? Nein es ist nichts Aber? Nein es ist nur Du hast das nicht mit Absicht gemacht oder? Den armen Aiden geschnitten? Ich kann nicht glauben dass du mich das fragst Hast du deine Tochter zu so einem Verhalten erzogen? Ich bin mir nicht sicher Es war ein Unfall Mom Ich leg jetzt auf Natürlich Tschüss Schatz Ich hab dich Liebe Ja also Auf alle Fälle sehr viel Vertrauen der Mutter und ihre Tochter Äh anscheinend ist das bei den Butlers äh Bei den ehemaligen Butlers in dem Fall ja irgendwie auch kein Plan Ein geboren ähm Einmal Elisa Lang Die für die Medienarbeit für Kelly anscheinend zuständig ist Hallo Kelly es kommen immer noch haufenweise Interviewanfragen rein Das ist wirklich sehr erfreulich aber wir müssen uns überlegen wie wir deine Zeit einteilen Der ein oder andere scheint jedoch den Eindruck zu haben dass dein Interview heute abgebrochen wurde Was keinen guten Eindruck hinterlässt reden wir diese Woche darüber Ja machen wir Dann einmal die liebe Mama mit der wir gerade schon telefoniert haben Mittagessen Fragezeichen Kelly nur eine kurze Sache ich habe ein paar Medien Leute die ich dir vorstellen könnte Von denen du auf lange Sicht profitieren könntest wenn du mit ihnen in Kontakt treten würdest Ich nehme an du wirst in der Woche vor Silvers zu Hause sein Das wäre die perfekte Gelegenheit für mich ein oder zwei Mittagessen zu arrangieren Kein druck ich weiß dass du viel zu tun hast Es kann sehr hilfreich sein Verbündete in der Presse zu haben Sag Bescheid was du davon hältst Ja 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 sicher das Dann Bill Patchett der Chefmechaniker Mechaniker ich sage immer Mechaniker Mechaniker Hey Kelly wir wissen dass du heute mit einer sehr einfachen Ausrüstung Boah Dass du heute mit einer sehr einfachen Ausrüstung vorlieb nehmen musstest Also vielen Dank dafür Alle Teile für die wir gemessen haben Werden wir zum nächsten Rennen fertig sein Es ist wichtig dass sich alles richtig anfühlt Und wir freuen uns darauf das Auto für dich so komfortabel wie möglich zu machen Das ist sicher immer nicht ganz falsch Ähm ja aber damit sind wir auch am Ende dieses Kapitels angekommen Äh also wieder sehr action geladen Dieser große Preis von Aserbaidschan Mal schauen wie das denn sich weiterentwickelt Ja dann bedanke ich mich erstmal fürs Zuschauen Mal schauen was dann beim nächsten Mal kommt Im nächsten Kapitel Genau und dann sehen wir uns wenn es soweit ist Bis dahin Leute machs gut Ciao Ciao Bis zum nächsten Mal